Hey Leute, das ist ganz Hüam, willkommen bei WTN Unterhaltung. Im Mad-Celine-Drama, Amira Pocher bewundert Kathy Hummels. Amira Pocher steht hinter Kathy Hummels schon seit längerer Zeit, häufen sich die Gerüchte, dass die Moderatorin und Fußballer Mads Hummels kein Paar mehr sein sollen. Nach Flirtgerüchten mit Lisa Marie Straube soll er zuletzt Germany's Next Topmodel-Siegerin Celine Bittmann gedartet haben. Seine Frau hat auf die Schlagzeilen recht gelassen reagiert und auch ein paar lustige Kommentare diesbezüglich im Netz geteilt. Amira findet das bewundernswert, sie schwärmte von Kettü Stärke. In ihrem Podcast Die Pochers kamen die Let's Dance Teilnehmerin und ihr Mann Oliver Pocher auch auf die aktuellen News rund um die Hummels zu sprechen. Kathy hat super reagiert, wie man sie auch kennt. Ich finde, sie hat sehr viel Humor. Sie kann so viel ab, das ist der Wahnsinn, schwärmte die 29-Jährige von der gebürtigen Dachauerin. Von Celine, der angeblichen Date-Partnerin des Kickers, hält sie hingegen nicht viel. Ich bin absolut Team Kathy. Ich hoffe, Mads macht einen großen Bogen um die Frau, stellte Amira klar. Aber was hat die Österreicherin überhaupt gegen das Model? Ihrer Meinung nach habe es sich in dem Dating-Drama nicht korrekt verhalten. Sie hat sogar einen Rat für Celine. Wenn du einen Typen dartest, der in der Öffentlichkeit steht, dann erstmal das Handy in der Tasche lassen, weil dann ist es ja offensichtlich, was die Ambitionen sind, auffallen um jeden Preis. Artikel, 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 erläuterte sie. Das Verhalten der Influencerin bezeichnete Amira sogar als respektlos.